Ja, willkommen mein Name ist Daniel R.L.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyrie Chronicles. In der letzten Folge haben wir Kapitel 12 abgeschlossen. Verdammt schnell sogar. Wir haben Brühl wieder erobert. Hier, seht ihr das? Ja, guck mal. Kreis. Alisha Wacken. So, und jetzt wartet auf uns der große Kampf auf dem Nagia-Feld. Nagia Plains. Wo sich beide Armeen treffen und aufeinanderprallen werden. On the eve of battle. Was auch immer das bedeutet. Das Spiel ist zu englisch für mich. So, ich glaube ja nicht, dass eine ganze Folge lang nur Cutscenes zu sehen sind, aber man weiß ja nicht. 15 Minuten mindestens. Das glaube ich nicht. Schon wieder Irene Koller. Das war's. Ich habe es schon gesagt, dass die Das war's für mich. Ich weiß nicht, was ich? ist einige unstimmigkeiten nur bei strategie der schlacht wie es aussieht den typ scheint es vollkommen egal zu sein ob wir einige leute sterben oder nicht ich bin ich bin ich bin jetzt ich bin jetzt ich denke, dass ich mir ein bis zum nächsten Mal ich denke, dass ich mich das ich glaube, dass ich meine die Rechnung habe ich denke, dass ich mich immer wieder Ah... Ah... Die Reichweite der Reichweite sind in diesem Land. Das ist ein starkes Krieg. Ich habe mir gedacht, aber... Wenn man die Reichweite des Reichweites sieht... Ein bisschen... Alle... Hören Sie? Ich... Ich habe keine Familie. Deswegen... Ich dachte immer... Ich dachte immer... Okay, von wo kam das auf einmal? Suddenly Backstory, oder was? Welkin hat mir gesagt... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich weiß nicht, aber wenn ich hier bin, dann könnte ich es so sein. Ich bin so dumm, aber ich bin so dumm. Ich bin so dumm, aber ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Okay, ich mache das. wir werden gar nicht befreien und zwar von der anderen seite aus meinst du im himmel hallo wecken dafür sollen ja alle lieben mann so die eiserne war die valkyre mit dem eisernen bilden okay stimmt die haben ja auch nur die da ist die zahl ja vollkommen egal eigentlich wenn die so eine valkyre haben dann ja könnt ihr oben mit nur zehn mann gegen uns kämpfen ganz ehrlich na järg hey geni 集結させた全部 da攻撃体制が整ったとのことです 今度こそ gari a gunを蹴散らし れかをランドグリーズまでを 連れいたします yokoる selbele kisamaはいつも yoに忠説を尽くしてきてくれ yoがあってのきさ kisama aってのよだ taよりにしているぞ kisama a kisala Ich habe mich mit meinem Eltern geöffnet und verabschiedet für die Valkulier. Ich habe mich mit einem Schmuck und einem anderen Menschen gebildet. Ich habe mich mit einem Schmuck und einem Belegs-Bereich mit einem Schmuck. Ich habe mich mit den Schmuck und mir geholfen. Ich habe das Gefühl, dass ich das erste Mal für die Welt zu leben. Ich habe das Gefühl, dass ich die Kraft für die Kraft des Valkyriens zu verabschieden habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so verabschiede. Ich habe das Gefühl, dass ich das Leben für die Welt verabschieden habe. Ich wusste, dass die Valküriä sein, dass die Valküriä sein wird. Ich habe keine Angst, dass ich mich für den殿. Ich habe mich für den殿. Ich habe mich mit dem Schmuck geholfen. Ich habe mich mit dem Schmuck geholfen, Ich habe mich als Valkurier geöffnetet. Ich habe mich als Valkurier geöffnetet. Ich denke, dass ich die Valkurier-Valkurier aus dem Herzen bin bin. Ich bin der Zeit, dass ich die Macht der Macht verletzen kann. tokyo kitarren die uke selle berlin kann dass sie ein solcher motoren sind heute kriegen wir hier hintergrund geschichten von allen präsentiert sie war ja und von ihren eltern in so eine versuchsklinik oder versuchslabor reingepackt wahrscheinlich ihre verkürzen kräfte irgendwie herausgefunden werden sollten dann hat sie den dingens getroffen den maximilian und ja man hat erfahren dass wenn man dem tode nahe ist dass man dann die verkürzen kräfte freisetzt das ist schon mal gut zu wissen merkt euch das so war ja die zerstörerinnen die haut wahrscheinlich ich jetzt wieder alles sehr platt weiss mann jürgen und ja 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 Das war's für mich. Ja, wir haben ein Problem. Oh Gott, die macht uns platt. Okay. Ernsthaft, haben wir irgendwie eine Chance gegen die? Ich glaube nicht. So, der Clash hat Nagia. Showdown hat Nagia. Eins. Das heißt, es geht weiter. Ich würde sagen, wir fangen schon mal die Episode an. In der wir alle draufgehen werden, weil Savarion uns in der Luft zerreißen wird mit ihren Valkyrien-Kräften. Ich weiß sowieso nicht. Wie soll ich das aussprechen? Valkyrie, Valkyrieor, Valkyria. Ich meine, das ist ein bisschen verwirrend. Diese Tätigkeit ist mit dem Valkyrien-Kräften. Dann werden wir die Valkyrien-Kräfte. Ich meine, das Spiel heißt Valkyria-Chronicles. Diese antiken Typen heißen Valkyrieor. Aber die, keine Ahnung, sagt von sich selber, als die Valkyrien-Kräfte hat. Also, er hat so oft auseinander gesprochen. Deswegen sage ich einfach Valkyria, Valkyrien. Ich werde es wahrscheinlich sowieso immer anders aussprechen und mich nirgends wie festlegen. Mission! Die imperialen Streitkräfte sind dort. Ja, wir sind hier unten. Ja, das kennen wir schon. Da sind Pfeilings. Das ist immer nicht gleich. Okay. Wir sollen das Feuer aus dem Weg gehen und in Trenches, Trenches. Wie heißt die nochmal hier? Also, Bunker, glaube ich. Wir sollen die Basis einnehmen. Es gibt irgendwo ein Niemandsland. Da geht wir zwischen den Bunkern und unseren... Da ist überall Feuer und wir sollen in den Bunkern ja in Sicherheit gehen. Viele Raketen gibt es in diesem Gebiet. Und die können uns nicht erreichen, bis wir in den Bunkern sind. Solange wir in den Bunkern sind. Ja. Der Feuer ist wegen ihr Schutt von der Enemies Camp. Okay, vor allem irgendwo da drin. Feuern die mit diesen Raketen, die uns treffen, wenn wir außerhalb dem Bunker, außerhalb dieser Bunker sind, also müssen wir immer in dem Bunker bleiben. Wenn wir die Rechte Basis einnehmen, dann sollten wir das verhindern können. Ja, das ist das. Ah, wir werden unsere Panzer von Anfang an nicht benutzen können, weil überall Raketen sind. Sobald wir die Raketen abgewendet haben, können wir die Panzer benutzen, ja, ist klar. Und ja. Wir sollen also wieder Basis einnehmen. Jetzt weiß ich, bis Zeitpositionen. Nein, falsch. Hier. Und ich glaube, Sniper sind hier nicht so. Ich glaube, die sind auch nicht so nützlich gerade. Ich habe ja Wochen erst mal nur. So, warte mal. Wenn wir hier sind viele Explosionen, da musst du mitkommen. Rosi, du gehst auch mal dahin. Dann weiß ich nicht. Lago, du kannst mal dahin gehen. Dann weiß ich nicht. Ich habe in den Wochen eine Klammer, wollte ich eigentlich nicht. So, Lago, hier rein. Dann, ja, Bert, du bist doch die richtige Person für Kreuzfeier, oder? Und da war ich mal Witz. Und... Falsch positioniert. Egal. Verschritte. Ich nehme jetzt... noch einen Panzerschütz mit, und zwar John. So. Bisschen nicht so durchdacht, jetzt, was ich gemacht habe, aber egal. So. 100% geben, das ist doch, das gebe ich doch immer. Hallo. Auf mich so immer, oder ob ich nicht verlasse. Also, wenn wir mal sehen, wie die Karte da aussehen wird. Ich glaube, Panzer und so werden wir nicht sein. Ich habe trotzdem Panzer-Einheiten draus. Wenn ich meine Katze ziehen, ja, aber ich bin nicht. Okay. Mal gucken. Ich habe die Level überhaupt nicht mehr am Kopf. Jetzt kommen wir jetzt noch mal. Die Flöten werden auch sehr verletzt, was wir jetzt wiederholt. Wie wird es die Gettel geschehen, um die Flöten zu verletzen? Die Valkyria in Ganta und von Various herumkastet wurde wieder einmal ein Geist. Die Flöten der Ghaniha-Ghani-Van-Ghani-Van-Van-Van-Ghani-Van-Van-Ghani-Van-Van-Van-Van-Van-Van-Van-Van-Van-Van-Van! Was ist das? silvaria ist irgendwo hier die macht uns platt unsere aufgabe in der nächsten folge kann ich schon mal sagen ist dass wir eins nehmen